Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Day of the Tentacle. Ich freue mich in den letzten Tagen so ultra extrem auf die Aufnahmen, weil mir das Spiel mega Spaß macht. Es hat, es klingt ein bisschen blöd, aber es hat so ein bisschen Edna bricht aus und Havis neue Augenfeeling. Wobei ich sagen muss, das allerbeste Point & Click Adventure, was ich bis jetzt meiner Meinung nach im ganzen Leben gespielt habe und was irgendwie so sich nach Heimat angefühlt hat, klingt ein bisschen blöd, wenn man jetzt gleich das Spiel hört, ist, Edna bricht aus tatsächlich. Das hat Poki für mich persönlich so klasse hinbekommen, dass ich, wie schon gesagt, wenn ich das spiele, fühle ich mich irgendwie heimisch. Das soll jetzt nicht aussagen, dass ich irgendwie irre bin oder so. Ich spiele am besten das Spiel jetzt. Hier weiter. Wir sind hier oben mit Hoagie auf dem Dachboden angekommen, wo ein Bett den Weg zum Fenster versperrt und wir sind hier mit einer Mietzekatze. Ich glaube, ich hatte mir noch nicht das Bett uns so angeschaut. Können wir das benutzen? Klonk. Wohin damit? Keine Ahnung, ich dachte, du kannst die Bettdecken oder sowas mitnehmen. Sehr spartanisch. Kannst du auch Klonk machen? Okay. Oh. Achso. Okay. Was ich jetzt als nächstes im Sinn habe, ist, das Bett zu verschieben, weil es ja das Fenster verdingstert. Wohin damit? Weiß nicht, hier hinter oder so? Wohin damit? Okay, dann war der Gedanke doch blöd. Wir versuchen das nochmal, indem wir... Hallo? Achso, ich habe Benutzermatratze mit. Äh, nee. Wohin damit? Wie habe ich denn das gerade gemacht? Hä? Wohin damit? Wohin damit? Äh, was zur Hölle habe ich denn gerade gedrückt, dass er sich drauf setzt? Benutze. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich das Bett und nicht die quietschende Matratze, oder? Kann ich schnell jetzt hier und die... Nein. Ich probiere es nochmal. Komm her. Nimm. Nee. Ich muss also irgendwas anderes finden, weil sie steht ja auf die Matratze. Habe ich denn irgendwas im Inventar, war schon... Brrrr. Es müsste ja irgendwas sein, was permanent das Geräusch macht, oder was ich nehmen kann, um vom Weiten das Geräusch auszulösen. Aber ich weiß noch nicht was. Wir konnten ja die Katze auch nicht mit Wasser übergießen. Können wir die vielleicht anmalen? Nö, ich mag es, wie es ist. Na gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal durch die Falltür und gucken, was dort unten sich so befindet. Kann ich da gucken? Sieht gefährlich aus. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Ich wollte aber, dass du runter gehst. Ein Pferd. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Let's Play damals geschaut bei Gron, aber ich kann mich bis jetzt an überhaupt nichts wirklich erinnern. Kann ich das haben? Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Was? Hi, Pferd. Selber Hi. Ups, du kannst ja sprechen. Nette Zähne. Was macht dein Pferd wie du an einem Platz wie diesen? Ich muss gehen. Ich hätte mir ein kommt-in-pferd-in-die-Bar-Witz gewünscht. Ich dachte, das ist Milch, weil das so milchig aussieht. Aber na gut, dann ist es anscheinend Wasser mit bisschen Kugident-Zeug drin. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Ich dachte, Pferde können nicht sprechen. Ist das eine Art Trick? Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Ich dachte, Pferde können nicht sprechen. Ist das eine Art Trick? Habe ich erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen. Also wir müssen irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das Gebiss für irgendwas brauchen, aber es nicht unten. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wo irgendwo ein Gebiss rumklappert, aber ich glaube, dieses Gebiss habe ich in der ersten Aufnahme gesehen, als ich nicht mit Hoagie weitergespielt habe, sondern ich habe mit Bernard weitergespielt. Und da bin ich zu diesem Scherzartikeltypen gegangen und der hatte ein klapperndes Gebiss bei sich rumhängen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Okay, eventuell brauchen wir die Szene für irgendwas, aber ich bin mir aktuell nicht sicher, wofür. Ich weiß auch nicht, wozu das gut ist, aber wir können nicht. Nö, ich mag es, wie es ist. Oder? Ich will nicht. Okay, dann würde ich sagen, hier vorne kommen wir ja nicht lang in irgendeiner Weise. Wie es grinst, oder? Wir haben auch nichts anderes. Das ist nur die Patentanmeldung, Brief und ein Dosenöffner. Ich würde sagen, wir gucken mal hier in die Uhr, in die Tür, meine ich, was sich hier noch so befindet. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Addisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmor-Lieferant? Oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen. Äh, bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Nee, ich würde mich gern ausziehen. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, 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 das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Hm. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke. Nein. Das ist nicht Medium, das ist extra starkes Zeug. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute. Fette, dumme Leute. Boah, das war ziemlich hart. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus dem Tal, aus der Zukunft? Ich kann mich nicht erinnern, ich bin viel unterwegs. Wie wir kommen? Ich lebe in einer WG mit Bernhard und La Wyrne. Nee, ich würde sagen... Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. Aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Ich glaube... Zu spät. Ich glaube übrigens, dass dieser Typ hier der Rechtshänder ist. Da er... Also wenn ich eine Skulptur machen würde, bzw. ich glaube gesehen zu haben, dass Leute die Skulpturen machen und Rechtshänder sind, den Hammer in der rechten Hand halten und das Dingens hier in der linken. Und da er das Schwert in der linken Hand hält, könnte er der Linkshänder sein, der damit fuchtelt, weil jemand, der normalerweise das Schwert führt, der nimmt das ja mit seiner rechten Hand, wenn er Rechtshänder ist. Und damit versuchen wir uns mal zu merken, dass Ned der Rechtshänder ist und Jett der Linkshänder. Ich hoffe, ich kann mir das auch merken. Aber gucken wir uns mal ein bisschen weiter um... Ach, ich würde mit dem Typen auch gerne nochmal sprechen. Die Steinfigur. Tonne. Kann ich die einfach... Ob da wohl was zu essen drinne ist? Oh, da habe ich eine Idee, was wir damit machen können. Ich will nicht. Besser nicht. Hm. Na gut, dann nicht. Kann wir dieses... Das ist der Kopf von Ned oder Jett. Wahrscheinlich der von Jett, weil er ja ihn als Vorlage gerade eben nimmt. Quatschen wir mal mit dem Typen hier. Das ist der Linkshänder. Sag ich doch. Können wir mit dem nicht? Ach doch, hier. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie meinen Model nicht. Okay, der will also auch nicht mit uns reden. Können wir den begrabbeln? Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie meinen Model nicht. Stören Sie meinen Model nicht. Können wir ihm irgendwas anmalen? Nö, ich mag es, wie es ist. Na gut, dann wüsste ich an der Stelle momentan nicht, was wir hier noch tun können. Ich drücke mal die Shift-Taste. Hier sind doch keine anderen Interaktionen zu Objekten als die Steinfigur und die Tornam. Aber momentan können wir hier nichts machen. Unterdessen. Okay, die Lady müsste ja irgendwo hier unten sein, denn hier oben gibt es ja nichts weiteres auf dem Gang zu entdecken. Wow, sind das viele Fenster. Oder ist das von Sam und Max? Ich glaube schon, oder? Das ist doch aus Star Wars. Bekannte Gesichter. Wer ist das? Sieht ein bisschen aus wie Friedrich Nietzsche. Aber ich glaube, das ist es auch nicht. Aufsamt würden sie besser aussehen. Okay, wir können hier nicht aus den Fenstern gucken. Hier geht es nur zu den Treppen. In der Lampe ist auch nichts zu machen. Hier vorne nicht. Und hier geht es nur rum, nehme ich an, um den Flur. Was haben wir denn hier hinter der Tür? Okay. Wir fangen mal hier vorne an, Weinflasche. Okay, was war das? Gib Weinflasche. Nein, wir nehmen die mal mit. Wozu wir auch sie immer noch brauchen können später. Wozu auch immer wir sie brauchen können. January. Der... Weiß ich nicht, wie viel der. Kann ich den nicht angucken? Nee, gar nicht. Das Bild auch nicht. Die hier vorne auch nicht. Schublade. Die machen wir auf. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Bitte was? Können wir die nicht irgendwie? Besser nicht. Mach doch auf. Wahrscheinlich voll mit Unterwäsche. Wir sollten uns hier vergewissern. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Was ist denn, wenn gar keine Unterwäsche drin ist? Bens Bett. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Wenn das im Bett ist, ist das doch gut. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Okay. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Er hätte wahrscheinlich darin was geschrieben. Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Okay, ich wollte gerade sagen, das wusste ich nicht. Ich hätte dann von rechts nach links angefangen. Ähm, hier. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Okay, also wollen wir das anscheinend auch nicht mitnehmen. Brief und Patentanmeldung. Können wir hier vielleicht noch was draufmalen? Das wäre nicht nett. Das stimmt. Na gut, dann gehen wir mal aus dieser Tür wieder raus. Hier haben wir jetzt die Weinschlaffe. Weinflasche bekommen. Und schauen wir mal, was ich hier drin... Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich hier einen chromfarbenen Roboter-Adler darauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpion im Mund? Es sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Okay, den Plan haben wir ja quasi noch gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst ein Bild malen. Eine Patentanmeldung. Was war... Das Ding können wir ja nicht einfach... Besser nicht. Das könnte das Patent zerstören. Genau. Wir müssen das erst irgendwo anders draufmalen oder irgendwie sowas. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gucken wir uns erst mal weiter im Raum um. Sieht bequem aus. Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Wer hat dich gefragt? Schöner Tag heute. Tut mir leid. Keine Zeit zum Reden. Tut mir leid. Ich wollte nicht die Stimme abbrechen quasi. Das Bett ist im Weg. Können wir das... Nee, das können wir nicht wegziehen. Das Bett ist im Weg. Schöner Tag heute. Tut mir leid. Keine Zeit zum Reden. Okay. Prototyp der amerikanischen Flagge. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Kann ich die dann haben? Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Ich denke, du magst die. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Kann ich die dann haben? Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Oder die. Das will ich nicht haben. Du bist schwer zufriedenzustellen. Das stimmt. Was haben wir hier im Muster? Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Hatten wir doch die alte mit dem Breitaxt-Dingens da. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Und dem Lederbikini. Okay, jetzt haben wir uns hier alles angeschaut. Würde ich doch glatt behaupten. Wir gucken mal. Genau, die Tante hier. Kann man die irgendwie vollquatschen? Meine Oma hat auch so eine. So eine Frau oder so eine Schreibmaschine? Äh, Schreibmaschine. Oh Gott. Ne, Maschine. Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch. Und in den vier Ecken sollen ein Fassbier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Okay. Wir können mit der Nähmaschine auch nichts verändern, indem wir die plötzlich rotes Garn haben lassen. Nein, ich glaube, das geht nicht einzeln. Betsy Ross. Na gut. Dann würde ich sagen, was ist doch erstmal, was wir hier vielleicht tun können. Bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich glaube schon. Und bevor wir diesen unendlich langen Gang nun weitergehen und schauen, welche Zimmer es noch gibt, würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt, let's play Day of the Tentacle. Bis dann. Tschü.